Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. Wir haben uns auch schon tatsächlich durch über die Hälfte, sogar zu einem Drittel, ne zu zwei Dritteln durch alle Bosse des Hauptspiels gekämpft. 17 gibt's glaube ich und also mit den Optionalen, wenn ich mich nicht täusche und 5 sind noch offen und dann gibt's noch 5 durch den DLC, den wir auch noch machen werden. Aber erstmal geht's hier weiter. Da oben schleimt etwas. Man könnte sagen, gibt's so eine finstere Glocke am Arsch. Ey, was ist los? Willst du auf die Fresse? Alles klar, kriegst du. Ich mache jetzt alle einzeln kaputt. Ich mache jetzt auch kaputt. Ich mache jetzt einfach alle kaputt. Och nö. Oh, keinen Bock drauf. Warte. Hallo. Scheiße. Angreifer Tindingsbums. Ich will eigentlich nicht gegen einen Spieler kämpfen, nicht? Ganz ehrlich, ne? Keinen Bock drauf. Huch. Warte, ich muss hier hin. Oh, dieses Gedünsding, ne? Das ist halt zum Kotzen. Huch. Hä, wie? Wie zur Hölle trifft die mich denn? 5 Kilometer weit weg, aber trifft mich trotzdem. Ohne Witz. Wie kann die mich treffen? Alter, die Hitboxen hier sind doch scheiße. Alter, ist das Spiel laggy. Ohne Witz. Ohne Witz. Aber der zählt nicht, oder? Der bei Dark Souls gezählt? Nö. Ich zähle die nicht. So eine Buggy-Scheiße. Ganz ehrlich. Ist ja zum Kotzen wieder. Da hab ich kein Bock drauf. Ich hätte vielleicht offline spielen sollen. Naja. Naja, gut. Eigentlich zählt er doch. Gut, hier zählt doch. Accuspiel. Nee, ich bin nicht unten gestorben. dass wir da weg erhalten haben. Oah. Guck mal, da sind Dudes, oder Dudinenen, oder da ist ein Fahrstuhl. Wo kommt denn der, wo geht denn der hin? Aha. Ein weiterer Shortcut. Geht hier so von ganz unten, nach ganz oben. Quasi hoch hinaus. Da. Yo. Ja. Alles klar. Fick dich doch ins Knie. Ah doch, geht. Ich wollte gerade sagen, was ist so ein Scheiß. Aber geht ja doch. Oh ey. Wie bin ich denn da rausgefallen? So dünn ist sie jetzt auch nicht. Das glaube ich übrigens mal wieder wechseln. Obwohl ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wechseln so eine geile Idee ist. Das fand ich cool irgendwie. Hat zwar einiges weniger, aber hat auch einiges mehr. Aber, na egal. So, ich bleib jetzt einfach hier einfach still drin stehen. Da bin ich wahrscheinlich... Achso, die Tür, achso, die bleibt auf. Ja gut. Hätte ich stattgewusst, ne? Hätte ich mich natürlich nicht bewegt. Oh, hier kann man rausspringen. Interessant. Erstmal Yulam. Der geht nicht. Okay. Ach, warte mal. Das ist, äh, okay. Ey, ihr da. Kommt mal her. Ich muss euch nach dem Weg fragen. Hallo. Ich möchte hier nicht gerne weiter, weil die schießen... Och, dann lässt mich doch im Arsch. Jetzt weiß ich auch, warum der Faschel aufbleibt. Ja, ja. Ich versuche da jetzt reinzuspringen. Ich gehe davon aus, mit Rollen wird es wohl funktionieren. Ha. Äh. Wo bin ich jetzt? Kiste. Zugefügtes Organ, ja. Wollte ich schon immer mal haben. Cool. Nein. Oh, ich wollte doch weg. Na ja. Machst du nix. Ich gehe aber in den Traum des Jägers zurück. Das ist mir ja zu stressig sonst, ne? Hm. 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 So. Wir gehen hier zur Basis zurück. Wir können jetzt ganz nah rum. Ich will das Ding trotzdem kaputt machen. Einfach, weil es scheiße ist. So. Hm. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich dann wieder zurückkomme. Hey. Hauptsache ich töte es. So. Fahrstuhl holen. Hm. 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 Nein, ich will schon mitfahren. Der andere müsste ja nach unten sein. Mal gucken. Da ist er. Nice. So, ich glaube es ist einfacher, wenn man es von oben runter macht, aber ist egal. Ich schaffe es auch so. So, da ist es doch. Und ich werde jetzt auch Blitzpapier verwenden. Lala. Ah ah. Warte. Warte kurz, Inventar. Ne, der Wahnsinn ist ja schon wieder weg, Leute. Zehn Kiesel, der hat sich gelohnt, finde ich. Hat sich doch gelohnt. Für zehn Kiesel kann man es mal machen, ne? So, jetzt bin ich ja quasi auf den Zinnen. Ach nee, Alter, komm schon. Noch so ein Viel. Noch zwei so eine... Och, toll. Das war so eine Lampions, ey. Geil. Weg, 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 weg. Ich bin wahnsinnig, total wahnsinnig verliebe. Dreh ich mal um. Fuck. Also das hat nicht so gut funktioniert, wie ich es gern gehabt hätte. Jetzt guck's doch mal an. Oh shit. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Ich bin irgendwo in der Ecke gekommen. Shit. Fuck. Okay, doch. Shit. Was auch immer hier kommt, so geil kann es nicht sein. Kann ich mal... Kampf. Kann ich machen, wenn ich irgendwas zum Werfen habe oder so. Dann kann ich es, glaube ich, wirklich mal machen. Aber solange das nicht ist... Nö, nö. So. Warte. So. Wenn ich was zum Werfen habe um Molotow-Cocktails oder so, dann kann ich es gerne nochmal machen. Aber so, ich bin nicht zu nah an die Rande, das ist zu nervig. Scheiß auf die, äh... Die 20.000 Echos da. Dafür ist mir das Gebiet doch zu blöd. Kann man sich nicht bewegen und so. Nö, nö. Lass mal. Lass mal, lass mal, lass mal. Ich bin schon volles Top-Secret-Gebiet, da kriegt man den ultimativen Scheiß. Wie immer. Aber... Ja. Krass. Ey, können die Kack-Weiber mal hierbleiben? So ein bisschen Schatten von Jan im Style, ne? Richtig krasse Dudes. Na, tschüss. Irgend so eine finstere Eule wieder, die irgendwas rumbimmelt. Ja, lol. Tag. Das war doch wieder klar. Ach, du kommst sogar runter. Nice. Oh, tschüss. Ah, Umfeld. Ist müde. Guck mal, hier jetzt noch eine Laterne. Perfekter Ort dafür. Vorsicht vor verdorbener Geist. Alles verdorben. Warum kann ich hier wieder runter? Was soll denn das für ein Scheiß? Bin ich runter? Ich will hoch. Aber ich gehe trotzdem runter. Ist ja voll der Beschiss. Um das kaputte Geländer mir angucken zu können, da hätte ich jetzt nicht runtergehen müssen. Ach, ein Schwein. Ein fettet, fettet Schwein. Was passiert, wenn ich hier runterfalle? Ist okay. Ach, du Scheiße. Wo geht es denn hier hin? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, das wird nicht funktion- Oder funktioniert das? Oh, es funktioniert sogar. Noch ein Brocken. Nice. Aber ich komme da nicht rüber. Wo komme ich denn da hin? Weiß man nicht. Handy, halt die Fresse. Okay, du dumme Schwein. Komm her. Ah, ich habe die Fresse. Ah, ich habe die Fresse. Krass, eine Burg. Moment, ich stehe da runter. Moment, hier ist... Moment, ich gehe erstmal hier gucken. Ah, hier ist nichts. Okay. Irgendwo hier bimmelt die. Schabratzki, ey. So, wir fahren jetzt hier runter und gucken, was hier ist. Hier lauert bestimmt der Tod. Bleib stehen. So. Uh, plus 10 Weapon. Glaube ich, mittlerweile dürfte ich genug haben. Mhm, aha, ja. Okay. Da ist die Bimmeltroller. Au. Au. Oh, shit. Warte kurz. Meine Fresse, leck mich doch am Arsch, ey. So, erst mal die da töten. Und da kommt noch einer, aber das ist kein Problem. Jetzt verstecke ich mich nämlich hier und dann... Ha, hier bin ich wieder. Oh. Scheiße. Ah, jetzt ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Ja, kannst du mal die da... Okay, kannst du nicht... Alles klar. Nein. Nein, 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 nein. Du willst mich nicht töten. Ich will dich töten. Ja, ist klar. Kann ich mir mal so minimal auch die Möglichkeit lassen anzugreifen? Da ist voll nett. Oh. Meine Fresse, ey. Aggressive Mistgurken, ne? Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Brocken. Jetzt habe ich noch irgendwo ein Schwein, oder? Jetzt ist natürlich die Frage, gehe ich erstmal wieder zurück? Weil da sind ja nur Items. Ich weiß aber nicht, was mich auf dem Weg noch so alles... Da sind noch so eine Katarzen, oder? Leg mich doch im Arsch, ey. Ja. Feuer, Mäuer und Ungeheuer. Du hast mich nicht gesehen. Ich war eins mit der Wand. Furchtbar. Der Mond ist ganz schön hell. So, komme ich hier eigentlich wieder zurück? Ja. Läuft. So. Ich laufe jetzt hier dann. Oh Gott, da ist das nächste Schwein. Denken wir doch an Popo. Ey, du fette Sau. Oh. Da ist Kiesel dabei. Ha. Ich habe Kiesel. Kannst du die mal anvisieren? Ne. Jetzt kann ich sie anvisieren. Das ist ja cool. Ich würde nämlich, wenn es geht, nur gegen einen davon kämpfen wollen. Nicht gegen zwei. Alter, warum kann ich die nicht anvisieren? Manchmal geht es auf 100 Kilometer, manchmal auf nicht mal ein Zentimeter. Sehr, sehr merkwürdig. Mhm. So. Komm her. Ja, ist mir scheißegal. Komm her jetzt. Ausgewicht. Ich muss sie ja eigentlich nicht mal töten. Ich muss sie nur aus dem Weg bekommen, ne? Oh. Alter, die sehen aber auch hässlich aus, die Viecher, ne? Au. Huch. Alter, ich habe fast runtergeplumpst. Schön ins Popoloch. Ja, tot. Die geben echt gut Seelen. Äh, Vieh holen. Alter, aber dass das so viele sind, ist nervig. Yo. Okay, ich bin tot. Gut. Hey, warum nicht? Oh, schuss. Oh, schuss. Alles nur, weil die Waffe wieder gefährdet war. So, in den Schar. Verwenden. Und zurück. Oh, warte. So. Oh. Die ist jetzt plus 8 dann. Ich dachte, die ist schon krasser. Kann halt nicht. Nö. Brauche ich noch nichts machen. Ne, wir müssen wieder zur Basis. Wir müssen ja wieder hochfahren mit dem Fahrstuhl. Oh, es ist zum Kotzen. Oh. Ich finde, die sind hier sehr rar. Geseht auch, diese scheiß Laternen. Aber naja, gut. Et is wie dies, ne? Warte. So, 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 so. Da kommt der Fahrstuhl. Der Fahrstuhl kommt da runter. Tralalalalala. Warte. So. Hm, 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 hm. Jetzt müssen wir uns den natürlich auch noch rufen, um wieder nach oben zu kommen. Yay. Es ist natürlich auch die Frage, mach ich jetzt? Ja, doch, ich müsste ja ein bisschen mehr Damage machen, aber nicht viel. Also, 156 plus die 189. Das sind ja schon so über 300 Damage. Aber mal schauen. Oh, jetzt muss ich die ja erstmal wieder kaputt machen. Oh, leck mir doch ein Popo, ey. Oh, halt die Button. Oh, halt die Button. So, krass. Penner. Mal gucken, ob sie wieder runter springt. Wäre voll nett. Hoch. Äh, 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 nö, nö. Das lassen wir mal lieber. Die geben aber auch ja ein schön viel, äh, hier, ne? So, du fette Sau hast also meine Blutfehlung, ne? Also, auf jeden Fall mehr Damage als nur 100. Da. Ja, ist die Frage. Also, hier sind noch ein paar Schweinchen auf jeden Fall. Die kann man auch töten, das ist nicht das Problem. Also, die kriegt man auf jeden Fall down. Aber, ist natürlich schwieriger. Jetzt laufen die synchron, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Alter, schon wieder 64.000. Das ist ja unglaublich. Ich muss halt echt nur aufpassen, dass ich nicht gegen zwei hier gleich kämpfen muss, weil da habe ich echt keine Lust drauf. Eine, wie gesagt, ist überhaupt kein Stress. Hier. Penner. Lass mich hier vorbei. Ich habe, glaube ich, jetzt ein Problem. Jetzt habe ich keins mehr. Alles klar. In den Arsch. Na, hältst du wohl gerne. Oh. Hupf. So. Ist nicht gestorben? Oh. Das ist ja an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Voll den Kiesel hier im Arsch geschossen, ey. So muss das sein. So. 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 Was macht das da? Ich glaube, es muss pipsen. Scheiße. Das steht halt auch blöd in der Ecke, ne? Das ist ein bisschen ungünstig. So. Oh. Ciao. So. Da hinten sind die, äh, ne? Alter, vor allem vier Stück. Ich gehe jetzt aber auf die andere Seite und mache erstmal die Glockentroller kaputt. Und alle anderen auch. Also hoffe ich. Wahrscheinlich werde ich jetzt sterben. Weil ich es gesagt habe. Obwohl die Glocken-Umi ist tot. Ja, dann kann ich ja wieder gehen. Ciao. Alter, was ist denn da? Voll die Störgeräusche hier, die ganze Zeit in den Boxen. So. Ah, wie kann ich die am besten anlocken? Ich will... Hm. Hm. Das Problem ist die, die Feuerbälle schießen kann. Die ist halt nervig. Ansonsten ist es kein Problem. Ach, ich werde sowas von sterben. Jo. Das geht, Bitches. Oder ich muss einfach... No risk, no fun, ne? So. Auf der... Guck mal. Auf die Distanz eigentlich auch gut, weil... Kann ich den ausweichen? Und so weit kommt die gar nicht. Au. Das hat ein bisschen weh getan. Ich gebe es ganz ungerne zu. Nein. Wo bin ich? Hilfe. Ich möchte hier nicht sein. Ich möchte hier wieder raus. Scheiße. Ich bin tot, ne? Ich bin noch nicht tot. Oh, scheiße. Nein. Das gibt es doch einfach nicht. Ich hätte mich hochheilen sollen. Zu wenig Damage. Zu wenig Damage. Da liegen nur 84.000 Echos. Ist überhaupt kein Stress, ey. Alles easy. So. Okay, ist der letzte Versuch. Vielleicht sollte ich versuchen, die mit Schüssen kaputt zu machen. Was ist da hinten? Da bewegt sich was. Keine Ahnung was. Irgendwas tolles. So. Okay, pass auf. Ich habe da leider keine andere Wahl. Ich muss da die Schweine töten. Weil die natürlich auch respawnen. Ist klar. So. Okay, haben wir erstmal die kaputt. So. So. War schon mal nice. Ah ja. So. Tod. Viel Wildchen. Sehr gut. Okay. 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 Ich habe mich getroffen. Aber der. Ist klar, also. Ich frage mich, in welcher Welt das so funktioniert. Aber gut. Und Schweine töten. Alles klar. Alles klar. Jetzt muss ich leider doch ein bisschen weg. So. Okay. Warte. Jetzt hat noch was fallen lassen. Oh. Blut fehlen. Danke. So. Die laufen ja erst gleich los. Und das eine Schwein hat auch meine... Echos. Und immer nur gegen eins kämpfen, ey. So. Okay. Das hat mich schon gesehen. Das ist natürlich geil. Oh. Macht im Grunde nix. Ist okay. Nice. Nicht nice. 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 Tschüss. Danke. Da stellt sich die Frage, sollte ich vielleicht zurückgehen? Nein. Sollte ich natürlich nicht. Ist ja totaler Blödsinn. So. 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 Lass mal. Oh. Wartschau. 125.000. So viel hat sich aber auch noch nie auf einmal dabei. Nee, doch stimmt. Gar nicht. Ist gelogen. Hatte ich schon. Ich muss eigentlich warten, bis sie wieder weggehen. Wobei eigentlich ist es scheißegal, ganz ehrlich. Eigentlich ist es sowas von Wumpe. Kommt sowieso mit seinen komischen Feuerwellen. Die treffen mich nicht. Läuft. Wer juckt die anderen gar nicht, oder? Ach, das war falsch. Scheiße. So. So. Eins davon tot. Kommen noch die anderen. So, jetzt aber. So. Yo, das lebt noch. Unrealistisch. So, du da noch. Und tot. Nice. Ich hab's geschafft. Die lasse ich jetzt da einfach links liegen. Die können da unten bleiben. Und damit beende ich diese Folge an dieser Stelle. Und wir werden gucken, was uns weiter erwartet. Ich bedanke mich bei euch. Eine Laterne wäre noch schön, damit ich das... Aber wird's nicht geben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Danke.